Willkommen zurück zu Let's Play Day Z. Spannende Folgen und jetzt gehen wir erstmal was suppeln. Dabei sind wie immer Redwild von Z, der Raven, der Zioxx, der Colamix, der Patrick, der... Und jetzt hat es mich verlassen. Ich hab... Ich nenne dich einfach... Schoko? Ja, genau. Schoko und den Pädophilen. So. Nein, der Rucksack ist jetzt weg. Ah, okay. Also kommt... Der Monk. Ja, dann lasst uns jetzt was trinken gehen. Kommt, hopp. Ich bin jetzt der R4-Taube. Ja, kommt. Der Brunnen ist hier... Also, einer folgt mir grad. Das ist schon mal richtig. Also Leute, wenn jemand M4-Munition braucht, dann sagt das mir. Dann kriegt er die. Schoko, komm. 60er Stacks. Ja, sind alle weg. 60er Stacks kannst du mir gleich geben, Schoko. Ich werde tot hier auf einmal liegen, ey. Ne, wobei, brauche ich nicht. Ich hab genug. Am Industrie-In-Beat liegt hier ja immer noch. Aufpassen jetzt. Also, meine Truppe ist jetzt zusammen. Da fehlt... Meister Popper fehlt und der andere. Wie viele Leute müssen wir denn überhaupt sein? Das wäre auch mal gut zu wissen. Deine Truppe hat 5. Meine Truppe hat 4. Der Pfanne ist ein Vogel. Ja, ja, ich hab's gesehen. Wir gehen jetzt aber schnell was trinken. Kümmern uns gar nicht so groß um die Vögel. Ja, ich hab immer noch Hungry und Thirsty. Ja, ich auch. Ja, ich leg euch jetzt gleich noch was zu essen hin, aber das war... Ich hab auch nicht mehr viel. Hat jemand noch was zu essen für die Leute? Ne, schaut schlecht aus. Nicht zu viele, weil sonst... äh, werden die satt. Ja, ich hab drei Dosen noch, das ist alles. Ich hab auch nur noch zwei. Ich hätte noch eh eine wegziehen, Bubik. Also, ich hab noch eh ne Packung Reißen. Da läuft er und auf den Schienen. Wo? Waffe ziehen, Waffen ziehen. Auf uns zu oder weg? Hinten beim Brunnen. Da läuft er, ähm, am Brunnen ist er. Okay, wir gehen hin. Er trinkt gerade. Umzingeln und... Schnell, schnell. Umzingeln und... Gleich voll ab Hands up, motherfucker. Nein, nein. Sag jetzt mal, dass er freundlich ist. Okay. Alle da? Geh über die Straße. Ist der noch da? Ne, ich sehe ihn nicht. Ich glaube, er hat sich schon ein paar Schanzen aus weggelaufen. Ist der... Also, hier rechts rüber gegangen? Ist er nicht. Sprech doch mal mit ihm. He... Hello? Wir sind freundlich, keine Angst. Wir sind freundlich. Wir sind freundlich. Wir sind freundlich. Ja, aber er hat keine Schaums. Komm raus, wir sind freundlich. Wir sind nicht freundlich. Wir haben 12 Leute. So, komm raus. Komm raus, wir sind freundlich. Komm in, du bist tot. Und find out. Komm raus! Komm raus! Komm raus! Komm raus! Komm raus! Oh, wir töten dich! Ja, ich sehe ihn. Wir haben Fenster gerade gewesen. Wir werden dich nicht töten, wenn wir rauskommen. Komm raus! Ich bin oben drin. Ich höre ihn nicht. Ich höre ihn nicht. Ich höre ihn nicht. Ich höre ihn nicht. Ich habe weißen Bankschiff. Ich höre ihn kaum. Welchem Fenster ist der denn? Ich hab den jetzt da oben gesehen, oder? Ist das jetzt immer da oben drin? Warte, 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 Drule. Der redet da oben. Warte, du kriegst dich, der jetzt oben drinnen kommt. Du wachst unten. Du wachst nicht oben, oder? Ich leuchte neben dem Treffen. Wir haben einen M4 in der Hand. Sie finden sich. Er soll die M4 wegpacken. 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 Pack sie weg. Gut. Kommst du jetzt vorsichtig runter. Hände hoch. Und runter gehen. Geht nicht. Gar nicht gar nicht. Drop its weapon. Drop its weapon. Nein, nein, jetzt. Bleib mal locker. Geh mal runter. Du gehst runter da. Blau. Hey, ich will dem seine Waffe. Die ist mir. Das war meine. Ach, woher wollt ihr denn das wissen? Na. Da soll sein Waffe droppen. Nein, nein. Die Waffe auf dem Boden. Nein, wie denkt? Nein, nein, nein. Drop meepen or shoot. Hey, Juckunga. Alter, letzte Warnung. Waffe ist nicht. Hallo. Ey, das ist meine Waffe. Hallo. Nein, es. Der hat sich selber gesucht. Lass ihn mal nehmen. Woher wollt ihr denn das wissen, das ist seine Waffe? So, Nitz, hau ab. Hau ab. Nein, lass ihn die Waffe auf. Nein, der nimmt die Waffe wieder auf. Nimm die Waffe wieder auf. Nimm die Waffe wieder auf. Nimm die Waffe wieder auf. Jetzt mal ohne Scheiß. Seid alle viel zu gemein. So, aber die Waffe ziehst du nicht, du läufst jetzt deines Weges Richtung Balota. Das war meine Waffe. Jungs, 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 Jungs. Kurze Info, da rennt grad ein Zombie Richtung Schwule. Okay. Also lauf einfach, wenn du Waffe ziehst, müssen wir dich leider erschießen. Einfach gehen und dann ist gut. Ernsthaft? Der hat uns den Weg zu zeigen. Der hat uns den Weg zu zeigen. Der hat uns den Weg zu zeigen. Ja. Warte, die Waffe gehört mir. Warte, die Waffe gehört mir. Stopp. Wer die Waffe aufgeführt ist. Hey Leute, was macht die da? Aber jetzt mal ohne Witz, jetzt mal bitte an alle. Seid mal ein bisschen freundlicher. Aber echt, wir sind voll in der Überzahl. Wir müssen nicht. Die haben eh keine Chance. Das ergeben sich eh alle. Da müssen wir unbedingt umschießen. Ja, ich sage nur Waffe droppen. Das ist der sicherste Weg immer. Ja, aber wenn... Hallo? In dem Moment, jetzt mal ohne Witz, in dem Moment wieder die nach hinten getan hat. Und wenn er die nach vorne hat, in dem Moment haben die anderen schon geschossen. Bevor der die überhaupt richtig in der Hand hat. Hört jetzt nochmal, was war da jetzt mit dem Zombie? Da ist er in Richtung Schule gerannt. Ist aber dann wieder stehen geblieben. In der Schule stehen geblieben, oder? Nein, vor der Schule. Okay, dann würde ich sagen... Geh mal rein. Äh, warte, nein, nein, stopp, stopp. Äh, äh, ähm... Habe ich hier irgendwie als Einziger das Adlerauge? Raven? Ja. Du kommst mit mir. Raven kommt mit mir, ihr deckt von hinten. Alles klar. Aber ich habe keinen Empfehler mehr. Hahaha. Ist egal. Ich habe dafür ja noch nicht mehr. So, Raven kommt mit. Wer ist da vorne? Ist ein Zombie, oder was? Ich bin hier ein Zombie. Wer hier links raus geht, bin ich. Ja, ich folge. Wer ist hier rechts? Wer ist das hier rechts? Wer steht hier? An der Wand. Ich bin an der Mauer. Okay, jetzt rede doch. Ey, wir machen hier gerade so voll... Ich bin hier voll so Spezialen, Alter. So, also... Raven? Bist du da? Hallo. Äh, du deckst bei mir, bist du rum? Ah, wenn die hochletten hier alle. Alle laufen auf der Stelle. Äh, wer ist selber hängen. Zombie ist mittendrinne. Okay, ich bin wieder... Mega lag. Okay, also ich würde sagen Raven, wir gehen hier vorne direkt rein. Und zwei gehen hinter Tür. Ich komme hinter Tür. Ich bin auch hinter Tür. Wer ist auf dem Dach? Wer ist auf dem Dach? Niemand. Einer. Shotgun. Wer schießt? Wenn jemand schießt, ich glatt da hoch. Hallo. Hallo? Stand up. Hands up and stand. Hi. Hallo. Er geht da hoch. Komm, Mann. Komm runter. Komm runter. Er steht hier neben uns. Okay, okay, okay. Bist du freundlich? Haben wir dich im ganz glatt zu vergnügen? Ja, ja. Okay, ist da noch jemand? Wer schießt? Wer schießt? Sicher, dass da keiner mehr da war? Pass auf hinter der Zombie. Ey, da ist jemand im Ruh... In der... Pum, Pum, Schüsse. Wer schießt? Da liegen... Da liegen zu zweit drinnen. Was? Die liegen zu zweit drinnen. Wo drinnen? Wo? Ganz oben, ganz oben. Okay, du bist nicht alleine. Da liegen zwei Leute. Äh, oben auf dem Dach liegen zwei Leute. Ja, oben auf dem Dach liegen zwei Leute. Sind das deine Leute oder nicht? Aber nicht zu mir. Nee, nee, die gehören nicht zu mir. Okay. Dann Feuer frei. Rennen irgendwo rum, aber der ist nicht hier. Also der ist weiter weg noch. Haben die dich getötet, da? Oben auf dem Dach lagen zwei Leute. Die lagen ganz oben auf dem Dach lagen. Haben die dich getötet? Ich bin da unten auf dem Balkon. Tschüss. Ich komm mit. Ich komm mit. Ich hab rein gehen. Der Typ gehört das hier nicht zu uns. Der Typ gehört das hier nicht zu uns. Genau. Ich bin hinten. Ich bin hinter der Seite. Das ist ein orange T-Shirt und Buschhut. Wo sind sie? Zwei Tote. Das bin ich. Sind die tot? Kann man hier mit den Typen da in Schach halten, dass er nicht hier eine Waffe zieht? Wer ist denn der mit der Moisin und der Gasmaske? Ich. Raven. Gasmaske hab ich. Raven kommst du hoch? Okay, komm hoch. Ich komm hoch. Wir kommen jetzt erst. Drei Leute müssen noch unten bleiben bitte. Bitte drei Leute unten bleiben. Die anderen kommen jetzt hoch. Du bist hier, ja? Nein, Raven. Okay. Da ist noch einer oben, ne? Da ist noch einer oben. Der M4 und der SKS. Okay, das sind einer oben. Die zwei stehen da draußen im Busch vor der Schule. Das sind wir. Das sind wir. Du bist doch gerade an uns vorbeigelaufen. Sollen wir die ansprechen oder sollen wir die... Wenn du hoch gehst, bist du tot. Die waren zu zweit. Zwei Stück. Come down. Come down. Come down. Ah, ja. Come on. Guck mal, ob ich die sehen kann schon. Es sind schon Cleave, die wo hier oben lagen. Warum weiß das? Weil unnau enemy dran steht. Oh Gott. Die schießt, pass auf. Der schießt, führst. Der schießt immer auf Zombies, oder? Deule. Wer ist da hinten auf dem Feld? Wer ist das hier auf dem Feld? Wir sind doch hier. Wir sind doch die, die draußen bleiben sollen. Okay, okay, okay. Auf dem Feld, aber dann sagt... Ist das hier? Bin ich. Okay. Na, guckst du das hier? Jo. Okay. Ach, Udi, ist der mit der Mütze, okay. We have time. We have time. Come on. Wo fallen der Feil? Ist da oben überhaupt noch jemand? Nein. Oben ist keiner mehr? Ihr fackt die Pistole so rum. Ja, ausgelockt hier oben ist viel langer. Na gut, dann kommt runter und sammelt euch mal alle vor der Schule wieder. Vor der Schule, sammeln bitte, runterkommen. Und nimmt den einen da mit. Alter, wenn bei mir nicht auch mal die Pistole aufhört. Entschuldigung, du facken, Alter. Was mit den Schwarzen da? Der ist jetzt... Hier hat jemand eine SKS unten im Vier. Wer ist denn das? Ich. Verste. Ähm. Brauchst du Munition? Ja, ne, ja. Wo ist der Schwarze hin? Wo ist der Nigger hin? Ja, warte mal. Ich hab dir was hingelegt. Entschuldigung, aber... Ich hab aber... Ne, ich hab keinen Platz. Ja. Ja. Der, der gefärbte, keine Ahnung. Ich komm gar nicht raus. Da komm... Ja, da auch. Das ist... Heid. Okay, Leute. Jetzt... Habt ihr alle genug getrunken? Ja, ich bin hydrate. Jetzt nur noch Essen für mich. Also ich muss mich ja nochmal entschuldigen. Man sagt natürlich das N-Wort nicht. Halt von mir aus. Farbiger. Mir auch egal. Na, also... Ich hab mich hier... Nein, A nicht. Ich hab mich mal ein bisschen erkundigt. In den USA, wenn du hier Nigger sagst. Äh, das kennt aus Beleidigungen und ist eine Straftat. Der richtige Begriff laut Gesetz wäre... Urafrikanischer Ureinwohner mit Migration zu tun. Ey Leute, ihr lauft gerade alle in verschiedene Richtungen. Wir laufen im Haus drin. Wir treffen uns grad... Wir sind schon wieder beschissen. Nein. Also, ähm, bitte nochmal... Kommt mal bitte nochmal alle zum Brunnen. Wir machen jetzt nochmal zwei Gruppen. Weil irgendwie klappt das irgendwie nicht. Das finde ich grad ein bisschen komisch. Ja, ich hab halt Hunger. Ich hab noch braun. Äh, aus Richtung Lambermill kommt jetzt einer bei euch am Strand. Also auf euch zu, ne? Ja. Aufhalten. Ne, ne, das bin ich nicht. Ich bin oben im Wald. Aber ich seh unten einen am Strand laufen. Aufhalten. Von welcher Richtung? Vom Schiff aus? Oder vom, äh... Ne, vom Lambermill. Äh, so, äh... So, äh... Von der Fabrik. Okay. Also, beziehungsweise... Nein, nein. Ich will jetzt mal locker bleiben. Locker bleiben, locker bleiben. Wir treffen uns trotzdem am Brunnen. Wenn der da kommt, dann schießen wir ihn. Äh, äh, reden wir mit ihm. Dann schießen wir. Der ist zwar, äh, voll equipped. Okay. Ja, ist ja egal. Kommt jetzt mal her, bitte. Alle mal herkommen. Herkommen, herkommen, herkommen. Frau, mach dich mal wegen dem keine Sorgen. Ehrlich. Wir sind genug. So. Also, Schoko, wo bist du? Ja. Hier am Brunnen. Ich bin der mit dem schwarzen Helm. Schoko, stell dich mal bitte hier, äh, aufs Scheißhaus hier. Oder, äh, keine Ahnung, was hier ist. So. Bitte die vier, die ich nicht aufgezählt habe, gehen bitte neben Schoko. Hat mich nicht aufgezählt, ich weiß es nicht, aber ich geh mal daneben. Genau. Mit dem Schoko bin ich die ganze Zeit gut drauf. Genau, genau. Da fehlt aber noch einer. Also, bei mir kommt Meister Proper, der ohne Waffe eben war, und, äh, der Raven. Der Hoodie kommt noch mit zu uns als Sniper, weil dann machen wir die Gruppe, die, äh, ist auch blöd. Dann, dann würd ich sagen, äh, Meister Proper, du kommst zu mir? Weiß, bin ich Meister Proper, oder was? Ja, du. Alter, da zieht einer vom Strand auf uns. Ich hab's auch, auch, ne? Okay, bewegt euch mal, bewegt euch. Die sind sogar zu zweit, die sind sogar zu zweit. Ich bin am ersten. Dann haben die erstmal Priorität. Wo genau macht man einen Antrag? Genau, genau 12 Uhr, wenn du zum Strand guckst. Ähm, die sind sogar, ja, zu zweit, ja. Äh, ich geh den Strand entlang. Raven? Genau vor euch, genau vor euch. Links, 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 im Busch. Im Busch? Dodge W? Ja, ich seh da, im Busch. Ich seh das. Warum? Die Welt. Oh ne, voll gut. Ja, da ist gerade einer von euch vorbei gerannt. Wer läuft da gerade auf der Straße? Das müsste unser sein, oder? Wer ist denn hier das? Wer läuft hier auf der Straße? Ja, dann rede. Der schwarze Hand bin doch ich. Ja, aber trotzdem, wenn man fragt, einmal kurz sagen. Ähm. Wo sollen die denn jetzt genau stehen? Da hinten ist ein kleiner Busch und ein großer Busch. Genau 12 Uhr jetzt. Zum Strand hin. Ich seh ihn, ich seh ihn. 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 Ich bin kein Zombie, ich bin da auch noch gelb. Achso. Ich bin equippter Spieler mit gezungener Waffe. Wer kommt das? Ist das Gegner? Ich bin das Cola Mix. Ich kenn die bis zum Grund. Okay. Ich geh hoch ins Haus vielleicht. Ja, da bin ich auch grad schon. Also, ähm. Blau, weiß, wer rennt drüber? Wie? Der ist ich. Der dritte Busch im GP. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Ja, komm. Ich frag mich nur in welchem Busch. Put your hands up. Put your hands up. Hier oben was raus schießen. Schauen. Das ist ein wenig friendly, Alter. Da waren aber zwei, oder? Einer von euch blutet da, der vorgerannt ist. Ja. Ja. Boah. Sind beide tot? Ja. Der eine auf jeden Fall. Bei mir wagen die Waffen. Ich will sie rausrennen. Warte, warte. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Warte eben. Ähm. Rennt nicht alle zu dem. Rennt nicht alle zu dem. Verteilt euch ein bisschen. Wo ist der andere? Der zweite. Ja, bleib doch mal stehen. Ja, sorry. Wollte in Deckung. Kurze Frage. Ihr looted da schon. Habt ihr den anderen auch getötet? Das waren doch zwei. Ich guck grad. Ich guck grad. Wo ist der zweite hin? Außer blut ich nicht, ich beinagier grad jemanden. Ja. So. Okay. Wer läuft da hinten? Das bin ich. Das bin ich. Bei dem Stein da bin ich. Achtung aus Berenzino. Jetzt unten am Strand. Da kommen jetzt auch noch zwei. Du scheiße. Dann bleiben wir mal da oben drin holen wir. Sind ungefähr 100, 200 Meter von der Baustelle weg. Am Strand kommen die sagst du? Ja. Ich geb mal unseren zwei Snipern Rückendeckungen raus. Lass mal wieder den Boden sammeln. Das ist super. Äh. Raven du kommst mit mir im Meister. Raven du kommst mit mir. Ah ja. Ich komm zum Brunnen zurück. Ich weiß immer noch wo der zweite hin ist. Wenn jemand im grünen Haus hochkommt dann sagt er das an, ansonsten schieße ich. Ja. Würde ich auch noch machen. Da redet einer. Äh. Wer ist da hinten? Wer läuft da hinten? Da hinten läuft. Wer läuft hier gebückt? Mit einem blauen Ruster? Ja sag mal. Das bin ich. Hey. Das bin ich. Äh. Nasen. Hier. Da steht einer mit Hände hoch. Wer ist Hände hoch? Wer hat die Hände? Ist das der Schwarze? Ja. Hat von euch nur mal einer einen Verband, weil ich blute immer noch. Der steht mitten auf der Straße und hat die Hände oben. Wer verblutet? Ja das ist der Kumpel von dem anderen. Ja das ist der Kumpel von dem anderen. Ja im Locker frei, Walter. Ja voll in der Armee. Aber ich glaub. Ja. Ja ja. Ja ja. Drop your weapon. Drop your weapon. Nein. Weepen. Das sollst du nur hinlegen. Nice. Wir einfach alle auf einmal um den. Du hast dich verbunden. Toll ey. Warte ich leg dir das hier jetzt hin die Schnauze voll. Ja das wär echt geil. Ja. Okay bist du alleine oder hast du Freunde hier? Das ist ja von eben. Achso du bist doch der vor Ewe. Ich spiel's mal mit einem anderen zusammen, aber der rennt immer um Airfield rum. Also der ist weit weg von hier. Macht dir mal keine Gedanken, dass die Leute hier grad so ein bisschen härter reden. Die sind ein bisschen nervös hier. Ja dann nimmt der Waffel noch drei bis weg. Ja dann nimmt der Waffel noch drei bis weg. Hey die Blutung stoppt nicht. Und tschüss. Und tschüss. Ciao. Ciao. Ciao viel Glück und so. So. Aufpassen Vogel. Gegner wird gleich kommen. Ihr Rustic da musst du hart reden. Die sind jetzt kurz auf der Höhe von der Baustelle. Nein. Hallo. Der Typ den erkennt man doch. Der war jetzt drei mal bei uns. Drei mal. Hallo. Hier. Die sind jetzt auf der Höhe von der Baustelle. Okay. Welche Baustelle? Berenzino. See Berenzino. Der eine bei dem Gebüsch hat eine Schiene dabei. Ich glaube die ist noch zu retten. Ja dann nehmen sie mit. Du bist jetzt beim Raiden. Meister Proper. Hat der was zuerst dabei? Zombie. Alles kaputt. Hat der was zuerst dabei? Negativ. Alles kaputt. Ja ich seh. Den hat auch die meine schon blinde. Wer wollte mir eben noch ein Piermoni geben? Vielleicht hat jetzt einen Rucksack. Ja ja. Kommt ins grüne Haus. Aber sagts an. Dann kriegt ihr die M4 Moni. Ja wollte ich gerade sagen. Die andere Truppe. Die Schoko-Truppe muss natürlich weg bleiben. Weil die hat jetzt mit mir erstmal nichts zu tun. Erstmal. Okay ich komm ins grüne Haus. Also ja. Ich selbst. Bambi. Dann. Moment da ist ein Zombie. Meister Proper ist jetzt nicht mehr Meister Proper. Okay. Von grünem Haus. Moni holen. Lass uns mal hier positionieren. Du sagst die sind auf dem Strand von sie. Ich komm rein. Hallo. Moni. Moni. Wiegt die hier? Jo. 120 Schuss. Gut. Warte ich kann die noch mehr geben. Super. Danke. Wie viel kannst du noch tragen? Ja. Die sind jetzt genau unten an dem Bahnübergang. Sollte ich vielleicht wieder einen Cut machen. Der Cut kommt gleich. Hier noch jemand Moni? Ja. Ich sehe. Ich sehe einen Zombie drinnen nach. Mehr habe ich jetzt erst mal nicht. Erst wieder neue machen. Also ich sehe ehrlich gesagt noch gar nichts. Wer schieß denn? Warte mal. Ich auf den Zombie. Ah, ich sehe sie. Seht ihr die zwei? Ja. Komm auf uns zu. Die stehen jetzt. Ich kann sie ja von hier hinten auch. Nein, 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 nein. Der hat dich glaube ich schon registriert. Der kommt glaube ich auf dich zu. Nein, nein. Die sind auf die Zombies. Ja. Ich kann ihnen dann Headshots geben. Nein, nein, von hier aus noch nicht. Lass die kommen. Lass die kommen. Hier raus kommen. Wir bleiben in den Gebüschen. Da sind drei Leute. Ja, wo soll ich mich hinstellen? Kommt mit. Kommt mit. Ja, es sind drei. Also die haben sich gerade getroffen. Ich glaube die reden. Das ist der Digga da. Nee, so schnell ist er noch gar nicht. Der Schwarze. Der Schwarze. Scheiße, ich saß ja schon wieder. Der Schwarze, ja. Der eine hat einen blauen Rucksack und eine Mosin. Und der andere hat eine... Oh Mosin, das könnte der von vorhin gewesen sein. Ja. Würde ich sagen. Wir kommt hier, Gebüsche. Hier können sie uns nämlich nicht so gut sehen. Vorsichtig. So, die haben sich jetzt hingelegt. Die haben euch gesehen. Glaube ich nicht. Wo sind sie denn? Ja, wir freuen mich ja gerade. Nee, die haben sich abgesprochen. Das bin ich. Weil die konnten uns nicht gesehen haben. Hudi, Fonsi, wo seid ihr? Wir sind hier unten. Ich bin unten am Bahnübergang. Äh. Ich hab Hudi, äh Redwitt gemeint. Lass mal hier hinter den Steinen verschwinden. Beziehungsweise, lass mal rüber gehen. So, die laufen jetzt weiter. Wohin denn? Wo sind sie denn? Vom Strand. Sie kommen auf. Richtung Berenzino rein. Okay. Wir machen jetzt hier mal einen Cut und dann. Spannung geht weiter bei der nächsten Folge. Das war's von euren LT Rustikal von Let's Play. Desi. Ciao. Taui.